Heute haben wir ein paar Erziehungstipps zum Thema Hund und Kinder für euch. Hallöchen hier auf dem YouTube-Kanal von Dorganizer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst ja, wir haben im Moment einen Junghund, unsere Donna, die ist jetzt neun Monate alt. Und sie ist ein Malinois, das heißt ein Hund, der wirklich viel Pepp hat und auch sehr reaktiv ist. Und vielleicht kennt das der eine oder andere von euch, vor allen Dingen dann, wenn ihr keine eigenen Kinder im Haushalt habt. Dann gibt es schon manchmal Situationen, die für die Hunde einfach ein bisschen unheimlich sind. Zum Beispiel sind das laufende Kinder oder auch Kinder, die schreien und die Hände in die Luft machen, weil sie zum Beispiel Angst haben, weil der Hund auf sie zugelaufen kommt. Und das sind halt alles so Trigger, die gerade solche Hunde, die sehr reaktiv sind, oft ansprechen und die dann dafür sorgen, dass der Hund dahin rennt, dass der Hund vielleicht nicht abrufbar ist oder dass der Hund sich vielleicht nicht so verhält, wie wir es Menschen gerne hätten, indem er einfach mal ganz ruhig bleibt, sondern er springt dann vielleicht das Kind an, weil er sich im Prinzip selber davor erschreckt und nicht weiß, wie er mit der Situation umgehen soll. In diesem Video möchte ich euch ein paar Tipps geben, wie ihr das üben könnt. Das ersetzt natürlich keine Hundeschule. Also bitte geht trotzdem mit euren jungen Hunden oder vor allen Dingen mit euren Hunden in eine Junghundestunde zu einem guten Trainer. Übt diese Dinge nochmal explizit. Das sind jetzt hier gerade noch ein paar Beispiele und Ideen, wie man es machen kann. Wenn ihr da Fragen habt, wie gesagt, sprecht einen guten Trainer dazu an. Das Video soll keinen Hundetrainer vor Ort ersetzen. Als allererstes erstmal wichtig zu wissen, dass man solche Situationen natürlich üben muss. Das heißt, ich versuche dem Hund dosiert solche Situationen zu zeigen oder ihnen solche Situationen zu bringen, aber eben in den Momenten, die total stressfrei sind, wo ich die Situation bewusst übe, vielleicht auch mit Kindern, die den Hund gut kennen, die da keine Angst vor haben. Und natürlich ist es dann auch praktisch, dass der Hund eben diese Situation erstmal so ganz entspannt kennenlernt. Und was ich dann eben darüber hinaus noch mache, eben nicht nur die reine Gewöhnung an solche Situationen, wo ich halt versuche, ganz entspannt zu bleiben, sondern ich versuche eben auch, dem Hund immer Alternativverhalten anzubieten oder ihm beizubringen. Das heißt, er soll lernen, zum Beispiel, wenn ein Kind vor Schreck die Arme hochschmeißt, setz dich einfach hin. Letzten Endes ist ja das Arme hochschmeißen, könnte für den Hund ein Signal werden. Genauso wie ich ja zum Beispiel, manche sagen dem Hund, sitz und nehmen den Fingern so hoch. Das ist ja auch ein Signal. Und so kann eben auch zum Beispiel so ein Schreien und die Arme hochwerfen, ein Signal für den Hund werden, um sich hinzusetzen. Genauso geht das auch bei rennenden Kindern. Man kann dem Hund halt auch beibringen, sobald jemand an dir vorbei rennt, leg dich hin oder setz dich hin oder komm zu mir zurück. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen komisch, aber letzten Endes, wenn man sich überlegt, was ist denn überhaupt ein Signal für den Hund, was ihm zeigt, etwas zu tun, wie Sitzplatz, Pfötchen geben, sind ja alles sowohl Wort als auch Handzeichen. Also wenn ich meinen Hund beibringe, um Pfötchen zu geben, dann halte ich ihm auf die Pfote hin, die Hand natürlich, und er soll mir die Pfote geben. Und eben genau so ein Signal kann das Weglaufen eines Kindes sein. Natürlich ist es so, dass, wenn man das jetzt dem Hund beibringt, das jetzt nicht mit einmal kurz beibringen erledigt ist. Es ist natürlich so, dass der Hund ja dem Kind hinterherläuft, weil es ein Reiz ist, dem man nicht widerstehen kann. Also er hat den Impuls, hinterherzulaufen. Das ist so ein natürlicher Instinkt sozusagen. Und den kann man jetzt nicht mal eben einfach abschalten. Das ist auch klar. Aber wenn man das sehr intensiv und gut übt, dann kann man es durchaus schaffen, dass der Hund eben diesem Reiz widerstehen kann, irgendwann mit viel Training, mit viel Generalisierung, dass er es eben dann automatisiert zeigt, wenn eben das passiert und eintrifft, eben ein Kind wegläuft zum Beispiel. Wie fange ich damit an? Ich zeige euch das hier in dem Beispiel, dass ein Kind weglaufen soll oder erst mal überhaupt sich bewegen soll und laufen soll und Donner soll lernen, sich hinzusetzen. Ich fange damit an, dass ich das erst mal ganz einfach einfange. Das heißt, ich stelle mich erst mal neutral hin. In dem Moment ist auch das Kind noch gar nicht anwesend und Donner soll irgendwie mein Verhalten anbieten. Und erst mal steht sie dann vor mir und irgendwann kommt es mir auf die Idee, man kann sich ja mal vielleicht hinsetzen, vielleicht weil sie auch zu langweilig wird. Das belohne ich dann, marke ich. Also ich arbeite hier in dem Video mit einem Klicker, klicke also und gebe ihr Futter. Löse dann auf und werfe wieder einen Keks weg. Das mache ich ein paar Mal, bis sie verstanden hat, okay, heute gibt es irgendwie Futter dafür, dass ich mich hinsetze. So, und der nächste Schritt ist dann im Prinzip, dass das Kind erst mal anwesend ist. Eben wieder Donner setzt sich hin. Ich klicke, es gibt einen Keks dafür. Und dann ist jetzt so der Moment, wo man hingeht und sagt, okay, Donner setzt sich hin und das Kind setzt sich in Bewegung. Das sieht man in dem Video auch, dass das ein bisschen schwierig zu koordinieren ist. Man kann, wenn man jetzt nicht unbedingt ein Kind zur Verfügung hat, natürlich auch vor allen Dingen erst mal eine andere Person nehmen oder auch selber das machen. Ich habe das jetzt einfach mal in dem Video gezeigt, wie es mit einem Kind aussehen könnte. Da ist natürlich das Timing ein bisschen die Herausforderung, weil man dem Kind sagen muss, so, jetzt gehst du los. In dem Video war es auch immer einen kleinen Tucken zu spät. Also ich hätte es eigentlich gerne gehabt, dass Donner sich hinsetzt und in dem Moment das Kind in Bewegung sich setzt, weil dann der Hund versteht, okay, immer wenn ich mich hinsetze, geht das Kind weg. Und irgendwann soll es ja so sein, dass quasi der Auslöser ist, das Kind geht weg und dann setzt sich der Hund hin. Das sieht man jetzt hier, wir sind auch noch am Anfang des Trainings, also es ist jetzt noch kein fertiges Verhalten, das wird jetzt noch weiter ausgebaut, aber dass das im Prinzip dann auch schon so ein bisschen gesteigert werden konnte, dass das Kind dann mal ein bisschen schneller weggeht. Also wir sind noch nicht beim Rennen und beim Wild durch die Gegend rennen angekommen, aber man konnte dann schon mal so ein bisschen hinterherlaufen, hinter mir herlaufen. Da kann man auch ein bisschen steuern, je nachdem, in welcher Richtung das Kind läuft, ist es ein bisschen einfacher für den Hund oder auch schwerer. Im zweiten Teil des Videos seht ihr jetzt, wie ich dem Hund beigebracht habe, wenn ich die Arme hochhebe, dass er sich hinsetzen soll. Jetzt kennt Donna schon, so dass diese Hilfestellung für sitzt, deswegen ging das bei ihr sehr schnell. Wenn euer Hund das noch nicht kennt, dann könnt ihr auch erstmal noch eine Handhilfe geben, dass der Hund sich hinsetzt und irgendwann wird dann aus der Handhilfe zum Beispiel so ein relativ schnelles Hände hochschmeißen. Dann habe ich das erstmal selber gemacht. Sie hat sich immer hingesetzt und gesehen, okay, wenn ich die Arme hochnehme und sie sich hinsetzt, gibt es Kekse und dann habe ich es eben von einer fremden Person machen lassen. Das heißt, sie hat gelernt, nicht ich nehme meine Arme hoch, sondern die fremde Person nimmt die Arme hoch und dafür gibt es einen Keks und am Ende kann man dann eben auch hier ein Kind einsetzen. Bitte da immer sehr vorsichtig arbeiten. Also ihr seht das in dem Video, das Kind hat jetzt erstmal die Hände sehr langsam hochgenommen. Nicht so, dass sich der Hund erschreckt, sondern erstmal ein bisschen dosiert. Das habe ich erstmal ein paar Mal geformt und das würde jetzt im nächsten Training dann immer weitergemacht werden, sodass der Hund dann irgendwann, wenn ein Kind wirklich mal so äh macht, sich ganz entspannt hinsetzt als Alternativverhalten, anstatt das Kind zum Beispiel anzuspringen. So könnt ihr auch alle anderen Situationen im Leben quasi trainieren. Natürlich kann man nicht unendlich viele Situationen trainieren, oder kann man schon, aber da fehlt wahrscheinlich die Zeit für. Aber wenn ihr irgendeine Situation habt, wo ihr das Verhalten eures Hundes nicht gut findet, dann trainiert diese Situation halt bewusst und bietet dem Hund halt ein Alternativverhalten an. Also sagt dem Hund halt, okay, anstatt hinterher zu laufen, wäre es voll cool, wenn du dich hinsetzt oder hinlegst. Und das eben genauso, wie ich das jetzt hier im Training gezeigt habe, dass der Hund das erstmal irgendwie vielleicht durch Zufall anbietet. Ihr fangt es ein und in der gleichen Trainingseinheit macht er es dann mehrmals hintereinander und irgendwann kommt der Reiz dazu und der Hund lernt dann halt den Reiz, mit diesem Verhalten zu verknüpfen. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt uns die gerne. Wie gesagt, dieses Video ist jetzt kein Video, was euch sagt, wenn ein Hund Probleme mit Kindern hat und jetzt macht ihr diese zwei Übungen und alles ist beseitigt. Das soll es auch auf gar keinen Fall sein. Es soll ja nur so ein paar Ideen geben, wie wir es vor allen Dingen bei unserer Donner machen, weil sie ja eben auch ein Hund ist, der sehr reaktiv unterwegs ist. In dem Video haben wir natürlich wieder das Klickauf-Hotter aus unserem Shop benutzt. Ihr findet das auf www.bar4way.de. Schaut doch gerne mal rein und bestellt dort ab 40 Euro Versandkosten frei. Wir freuen uns auf eure Bestellung. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt uns sehr gerne. Beantworten wir per E-Mail an hallo.bar4way.de zum Beispiel, wenn ihr Fragen zu den Produkten habt oder eben auch zu den Leckerlis. Dann noch ein Hinweis an eigener Sache. Normalerweise kommen hier ja alle zwei Wochen ein neues Video. Im Moment haben wir mit unserem Online-Shop so viel zu tun, dass wir hier den YouTube-Kanal so ein bisschen runterfahren müssen. Es wird immer wieder Videos geben, aber wahrscheinlich immer mehr so einmal im Monat. Ich hatte ja jetzt so zwei Jahre lang jede Woche, jeden Sonntag ein Video gemacht. Das hat wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Und das ist ja so ein kleines Hobby von mir, das einfach zu machen. Also deswegen muss ich da jetzt einfach mein Hobby ein bisschen runterschrauben. Ich versuche es aber alle vier Wochen auf jeden Fall noch zu machen. Wenn ihr Vorschläge habt oder Wünsche für irgendein Thema, dann schreibt uns das sehr gerne. Dann gucken wir, dass wir dafür ein Video machen können. Und ihr habt ja jetzt auch jede Menge Videos bei uns auf dem Kanal. Trick-Tutorials, Erziehungstipps, Rezepte, Produkttests, alles was man sich so vorstellen kann. Das heißt, da könnt ihr erstmal rein stöbern und seid dann auch erstmal ein bisschen beschäftigt. Und wenn ihr euch sonst noch was wünscht, dann schreibt uns sehr gerne. Wir wünschen euch viel Spaß beim Training mit euren Hunden. Seid immer lieb und nett zu euren Hunden. Und wir wünschen euch alles Liebe und Gute. Bis dahin. Tschüss.